Liebe Zuschauer von KTV, wir senden im November für Sie den Vortrag von Prof. Dr. Christoph Ohli Vollendung und ewiges Leben. Eschatologie im Denken von Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Die Sendetermine 6. November 13 Uhr, am 7. und am 11. November jeweils um 17 Uhr und am 12. November um 11 Uhr. Schauen Sie rein, wir freuen uns auf Sie.